Boah, ey, los, hab eigentlich was Scheiße, ey. So, und... Hm, hat... Klasse funktioniert. Gott, warum hängt er denn immer in der Kiste drin? Wahrscheinlich, weil ich falsch drücke oder so. Eindeutig. Also. Ah, Moment, muss ich denn überhaupt springen? Nein, muss ich nicht, ne? Okay, also muss ich nochmal springen, wenn ich mit dem Ding in der Luft bin. Was ich ja im Prinzip die ganze Zeit schon mache, aber immer zu früh anscheinend. Also. Okay, so müsste es klappen. Hart, bitte. Ey, hart. Ja, boah, knapp. Laufband, Laufband. Oh, nee. Kommt da was raus aus dem Laufband? Also, ich hab nicht genug Masse dazu, ne? Kann ich den abfanden? Ja. So. Das ist nicht nett. Donnie, ich brauche noch mal eine Kugel. Also noch mal das Ganze. Juhu, ich freue mir ein Bein ab. Heißt F und noch mal. Na, das war relativ schlecht. Und zack und hart und weich und hart und weich. Da ist er. Und hart und weich. Ah, die plöppen einfach weg, ey. Mein Gott, wie schlecht das ist hier. Ähm. Ja, ich hatte jetzt eigentlich vor, dass das da drüben kaputt geht. Fliegt! Nee, doch, hat auf jeden Fall eigentlich ganz gut geklappt. War nur anders, als ich gedacht hab. Ähm. Nun los, meine kleinen Panzertresore. Fliegt! Nee, Moment, mir fällt gerade das ein. Hey. Den hab ich. Ähm. Wieso stell ich mich nicht damit? Da ist doch mal so ein Pfeifending. Wer pfeift denn da? Oh, warte, das möchte ich mir noch angucken. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Wer ist denn da am Pfeifen? Wie soll ich denn da oben dran kommen? Da muss man ja... Da muss man ja gut für sein, um da dran zu kommen, ne? Ich glaube nicht, dass... Dass wir das schaffen. Also, ich sag jetzt extra wir, damit das gleich nicht so aussieht, wenn ich das nicht schaffe. Nee. Nicht so das, den gewünschten Effekt. Einmal versuche ich jetzt noch. Das war aber gar nicht so schlecht, wie ich jetzt gedacht hab. Jetzt muss man nur noch... ...treffen. Ja, und man sollte dann auch schon mitspringen. Äh. Ach, ich hab keinen Bock mehr, ey. So. Du da. Du. Da. Da. Mach das mal hart, bitte. Grummel. So. Nochmal. Hart. Ja, es ist ein ganz tolles Gefühl. Ganz tolles Gefühl. So. Das war mein Plan. Nein. Ah. Ich brauch zwei. Und ich hab nur einen. Oh, nee. Oh, ich will nie nochmal. Ach, Gott. Na, das ist ein bisschen nervig jetzt. Schon, ne? Warum springt denn der immer so weit manchmal? So. Dich, 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 dich. Ach. Besser. Ich hab ihn irgendwie reingepackt. Oh Gott. Gerade noch so. Stell mich jetzt aber lieber auf den. Das erscheint mir sicherer. Nee. Was? Boah. Okay, okay, okay. Geh rein da. Rein da. Oh Gott. Ha. Hart. Ich dachte jetzt gerade schon. So, erst Speichert. Okay, wir gehen weiter. Komm, das ist ja schon Eul jetzt. Oh. Und er ist immer noch unterwegs. Okay. Vielen Dank.